In seinem Dokumentarfilm gewährt Ron Mann Einblick in das Leben und die Arbeit von Regisseur, Autoren, Filmer und Filmproduzent Robert Altmann, der 2006 im Alter von 81 Jahren verstarb. Altmann ist unter anderem durch seine Werke Mesh, McCabe und Mrs. Miller, Nashville, The Player, Shortcuts, Gosford Park und Last Radioshow bekannt und wird als einer der einflussreichsten Regisseure des amerikanischen Kinos angesehen. Am 20. Februar 2015 wäre Altmann 90 Jahre alt geworden. In der Dokumentation kommt unter anderem Altmanns Familie zu Wort, insbesondere seine Witwe und langjährige Mitarbeiterin Catherine Reed Altmann, die auch Filmmaterial aus Homevideos zur Verfügung stellte. Ron Mann liefert eine chronologische Darstellung der Karriere des Ausnahmeregisseurs, der über alle Schwierigkeiten seines Lebens und Schaffens hinweg eine eigene Filmsprache erschuf. und wonen eine noch 6,000 Dollar. Aber wenn es hätte hätte gehen die andere Weise, ich könnte nicht hier sein, zu erzählen Ihnen diese Geschichte.